Das eisige Wetter macht in der Oder-Region zunächst eine Pause. Es taut und mit dem Tauwetter kommt auch die Angst vor dem Hochwasser. Die Oder führt im Moment sehr viel Wasser und bei hohen Saaten ist sie zugefroren. Es ist das Eis, das eine Gefahr darstellt. Die Warte, die bei Bleien in die Oder fließt, ist ebenfalls zugefroren. Bricht jetzt durch das Tauwetter ein Eisbrett von der Warte ab und trägt es in die Oder, kann das Wasser nicht mehr richtig abfließen und dann staut es sich hinter dem Eis auf. Doch Angst davor, dass die Deiche brechen, müssen die Bewohner des Oderbruchs vorerst nicht haben. Also die Lage ist angespannt, das muss man so sagen. Ich denke auch, dass uns übers Wochenende die hohen Wasserstände dann noch begleiten werden. Und müssen wir mal schauen, wie es sich entwickelt. Aber wir reden nicht von Evakuierung, es besteht auch kein Grund zur Panik. Zwischen Frankfurt-Oder und der Wartemündung sind die Deiche saniert und gesichert. Einzig das Treibeis kann auch ein Problem darstellen. Jedoch ist an allen kritischen Stellen Vorsorge getroffen worden. Mit Sandsäcken hat man die Deiche gestützt und erhöht. Und Betonplatten, die auf den Deich aufgelegt werden, sollen verhindern, dass dieser durch eventuell auftretendes Treibeis beschädigt wird. Auch die Feuerwehren entlang der Oder sind in Alarmbereitschaft versetzt worden, für den Fall, dass sich ein Eisbrett von der Warte löst und das Eis bei hohen Saaten schneller erreicht als die Eisbrecher auf der Oder. Sollte jedoch dieses schlimmste Szenario eintreten, so müssen die Evakuierungspläne des Landkreises innerhalb kürzester Zeit in die Tat umgesetzt werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sagen Sie sich auf den Punkt. Im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Drei Mal.